Das Hotel Tuna auf der Insel Hokkaido in Japan. Auto Seltsam Genzi. Vom 7. bis 9. Juli fand der G8-Gipfel der acht politisch führenden Nahunbekanntes Zeichen Theonen im Wind zur Hotel Toyoha in Toyako auf der nördlichsten Insel Japans statt. UN-General Seekre Unbekanntes Zeichen Thea Ban Ki-moon fordert von den Staats- und Regierungschefs ein zei-unbekanntes Zeichen schon gegen die Klima- und Nahrungsmittelkrise. Gipfelgegner haben zu Protesten aufgerufen. Angebot. Das Hotel bietet 386 Zimmer, davon 100 Suiten. Nur die politische Elite residiert dort mit ihren Familien und engsten Beratern. Sie können während ihres Aufenthalts die fünf Spitzenrestaurants, den Golfplatz oder das Freiluft der Mahlbad nutzen. Ihre mehr als 1500 Mitarbeiter wohnen in Herbergen. Geschichte Zwei Autostunden von Sapporo entfernt liegt das Hotel im Sekotsutora Nationalpark zwischen dem Toyoha See und dem Pazifik. Es wurde vor der Japani unbekanntes Zeichen Schädenwirtschaftskrise von einer inzwischen insolventen Bank erbaut. Deswegen wird das Gebäude im Volksmund Tower auf Babel genannt.